Untertitelung. BR 2018 Hier ist die Führung. Okay, ihr Chilen. Hier war gut die erste Viertelstunde. Aber wir gehen in Führung. Wollen wir uns nicht beklagen. Und das war das Kreativzentrum der deutschen Mannschaft. Mit Schweinsteiger, mit Özil war es fast schon um. Aber da findet er den Platz für Götze. Und wie er den versenkt, ist das ja erstklassig. Wunderbar. Genauso wollen wir es sehen. Philipp Lahm ist, sobald dieses Tor fiel, an die Seitlinie gelaufen zu Jogi Löw. Und hat nochmal sich die jüngsten Varianten angehört. Beziehungsweise vielleicht auch nochmal sein Leid geklagt.